Willkommen bei profi-schnapp.de hier im Showroom in Impfingen. Heute zeige ich Ihnen einen Seniorensessel, der zum einen auf Rollen ist, zum zweiten eine Aufstehhilfe hat, zum dritten eine elektrische Verstellung und einen pflegeleichten Stoff. Er heißt Himmola 7631, Seniorensessel elektrisch Rollenaufstehhilfe, Größe Medium, Stoff AquaClean Gras, 80 cm breit. Ich sitze hier sehr gut drin, schon mal so. Ich kann mich auch rein durch abstoßen, ein bisschen nach vorne und nach hinten rollen. Und hier in der Seitentasche ist die ganz einfach zu bedienende Fernbedienung. Mit dieser Taste gehe ich zurück von der Aufstehhilfe und mit dieser Taste bediene ich die Aufstehhilfe. Jetzt steht der Sessel natürlich fest, die Rollen sind deaktiviert und der Sessel kommt hoch, damit Personen, die nicht mehr so gut bei Fuß sind, die nicht mehr so gut aufstehen können, eine Aufstehhilfe haben. Der geht so weit hoch, dass ich fast schon stehe. Ich brauche jetzt bloß noch nach vorne kippen und schon bin ich auf den Beinen. Mit dieser Taste geht das retour. Der Stoff AquaClean ist ganz leicht zu reinigen. Eine Kunstfaser mit dem Griff wie eine Baumwolle. Da kriegen Sie alles raus. Hier ist das Fußteil. Also ich muss erst warten, bis er deaktiviert ist. Hier ist das Fußteil, da kommt das Fußteil raus. Nehmen wir mal drauf. Finde ich ganz toll gemacht mit dieser schematischen Zeichnung. Da brauchen wir nicht immer suchen und probieren. Was hier auch toll ist, das Fußteil ist etwas länger. Dann habe ich hier den Rücken. Ja. Und was ist das? Das ist auch der Rücken. Ah, das ist die Schnelltaste. Hier kann ich beides steuern. Okay. Das ist der Rücken. Das ist die Schnelltaste zurück. Ich habe sie selber nicht geblickt. Hier jetzt will ich zurück. Dann gehe ich auf diese Taste. Es gibt zwei Schnelltasten. Es gibt Einzelverstellung. Das Kopfteil geht noch separat. Die Sache ist sehr beweglich und sehr einfach zu steuern. Also auch für jemanden, der nicht mehr so gut sieht, locker zu machen mit dieser Fernbedienung. Es ist kein Akku integriert. Sie brauchen also ein Kabel. Aber das ist auch positiv. Dann kann der Akku nicht kaputt gehen. Ein tolles Stück. Ein Stück, das auf der Messe stand. Und deshalb jetzt fast zum halben Preis zu haben ist. Dieses Stück ist was für Ihre Mutter, Ihren Vater oder für Sie, wenn Sie eine Aufstehhilfe brauchen. Schnappen Sie zu bei profischnapp.de Dankeschön und Tschüss. Ihr Lutz Reinhardt. Wann kommen Sie mich besuchen?